Guten Tag zu diesem traumhaft schönen Wetter und Video. 20. Jubiläum, das Concorso der Eleganza Vers in Italien, Concours to Elegance in Englisch und hier den Concurs der Eleganz in Schwetzing. Heute ist der 31. August 2024. Ich filme wie immer alle Autos, lauf durch, jede Reihe durch, um jedes Auto mal gefilmt zu haben. So filme ich international auf der ganzen großen weiten Welt. Coole Auto-Events in deutscher Sprache. Das hier ist ein Einzelstück zwischen 72 bis 75 gebaut. Sam, Fuß, Pantera. Bleiben wir hier aber jetzt mal nicht so lang und gehen direkt mal weiter. Schloss Schwetzing hier links. Duna Veritas. Noch einer. Veritas Nürburgring. Ich bin hier schon mal durch Zufall gewesen vor einigen Jahren. Da war es auch schon sehr, sehr schick. Ich habe auch den Concorso der Eleganza am Lago di Como in Italien gefilmt. Der ist noch mal ein bisschen internationaler als der hier. Da kommen Leute aus den USA sogar, von überall aus der Welt. Hier in der Mitte stehen die ganz Alten. Ich muss mal noch überlegen, wie ich ablaufe. Das ist immer bei jedem Event die Überlegung, wie ich das ablaufe. Heute sind auch irgendwelche Jahresfeiern. Ich glaube Rolls-Royce. Da hinten sehe ich schon Rolls-Royce-Line-Up. Mustang ist, glaube ich, auch da. Wir werden es beim Durchlaufen selbst noch mal entdecken. Ich habe jetzt das Blättchen nicht so mir gemerkt. Hatte ich vor ein paar Tagen mal durchgelesen. Alles Veritas hier. Wir haben es schon selber hier gelöst. Veritas ist ja offensichtlich, das sind alles Veritas. Ist offensichtlich hier am Start mit irgendeinem Jubiläum der Geschichte. Jetzt muss ich überlegen, laufe ich jetzt erst in der Mitte durch, laufe ich die Mitte ganz am Ende und laufe hier erstmal an der Seite rüber zu Rolls-Royce oder auf der anderen Seite kann ich auch laufen. Aber da ich jetzt quasi hier schon bin. Sehr schön. Kann man wahrscheinlich mitfahrten oder sowas machen. So, ich höre jetzt nicht aufzureden, weil es kann sein, dass die Musik trotz dass es ein Sänger ist als Copyright Infringement erkannt wird von YouTube. Ist da sehr, sehr streng. So, jetzt fängt es hier schon an mit den ganzen Rolls-Royce. Ich nehme an, dass das alles Rolls-Royce ist. So, da sind Silber, Silver Ghost Playboy. Wieso Playboy? Sieht man, da war man der geilste Pimp mit der Kiste, wenn man damit damals rumgefahren ist. Da haben wir hier ein Silver Ghost Dual Cow. Ich weiß gar nicht, was Cowl heißt. Aul wäre eine Eule. Traumhaft schön hier mit dem Holz. Wahnsinn. Was sogar noch als Staufach genutzt wurde hier. für Werkzeug. Echt gut. Museum Art & Cars singen. Ah, da hat mich, glaube ich, mal einer darauf angesprochen auf einer Oldtimer-Messe. Die haben ganz viele tolle Autos. Da drin kann man die Pokale sehen. Habt ihr sie gesehen? Ja, da sieht man sie glänzen. Ganz viele Pokale. Hier sogar mit Zulassung. Die Burg Hessen. Das ist bei Frankfurt. Da wird er auch, nehme ich mal an, hergefahren sein mit. Ein Phantom 2. Seck, Se Dancer, Se Dancer, Se Dancer oder irgendwas. Deville. Ich kann es nicht genau lesen. Aus 29, 120 PS. Fast 8 Liter Kubik und 140 kmh Top Speed. So ein bisschen Schatten, wenn ich weiter weggehe. Dann laufe ich hier ein bisschen. Hier im Schatten ist angenehmer für mich. Traumhaft schönes Event. Eintritt nur 10 Euro. Normalerweise bin ich Presse. Und hätte hier gewiss auch kostenlos irgendwie reinkommen können. Aber dann dachte ich, das ist für 10 Euro. So was zu unterstützen. Das ist ja dann Quatsch da, sich vom Eintritt zu drücken. Oder was heißt zu drücken? Ich dokumentiere das Event. Ich bin mein Geld wert, aber die 10 Euro kann man... Ja, durchaus bezahlen. Die zahle ich gerne. Phantom 2 Continental. Aus 34. Ah, er will hier probieren, die beiden hier an dem Holzreuss zu fotografieren. Hier ist so eine Art Kunstausstellung komplett. In diesem Flügel. Ach guck mal hier. Nagelneue Mercedes GDR. 300 SL. 911er. Sehr schick. Ja, das ist toll. So, da war ein Mann, der fand meine Kamera toll und wollte ein Foto von machen, weil er so was Kleines, Cooles, das irgendwie noch nicht gesehen hatte. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihm noch Kärtchen geben soll, dann kann er über meinen Link in die Kamera kommen. Ja, auch sehr schick. Quasi Werbefahrzeug für den Getränkestand. Hier noch mehr Kunst. Es ist extrem heiß. Da müssen wir auch mal, hier sind die moderneren Holzreuss, müssen wir auch mal durchlaufen. Es ist auch geil, dass die hier alle aufgestellt sind, bis hinten zum modernen Phantom. Also nicht der neueste, aber... Ja, wir gehen mal hier jetzt erstmal weiter. Es ist schwierig, das hier abzufilmen, weil überall coole Autos sind. Ja, ich habe Gold, ne? Die Bäume. Achso. Guck mal, er hier sieht ganz merkwürdig aus. So sieht er hier so komisch aus. Er guckt ganz komisch daher. Achso, wenn meine zärtliche Stimme nicht mag und ihr nicht lauschen möchte, hat natürlich die Möglichkeit, einfach das Video stumm zu schalten und hat trotzdem dadurch die Möglichkeit, alle Autos hier zu sehen. Und macht sich einfach ein schönes Lied an, Lieblingssong anmachen, mich stumm schalten, in den Genuss von allem zu kommen. Dresden. Silver Cloud 2. Das irgendwie unterschätzt, dass das so groß hier ist. Aber wir gucken mal, wann wir sie alle abgelaufen haben. Nicht, dass das Video zu lange wird, aber wieso nicht? Das kleine Wappen übrigens im Kühlergrill, das habe ich auch. Automobilclub von Monaco. Habe ich schon seit vielen Jahren. Ich besuche Monaco schon mit 18 Jahren das erste Mal selber dann dahin und dann seitdem jedes Jahr bis zu fünfmal im Jahr nach Monaco. Gibt es auch viele schöne Videos auf Deutsch. Hier wunderschöner Garten. Dahin geht es auch gerade weiter. Dahin ist ein schöner alter Mercedes-Benz LKW versteckt. Ich denke, hier an jedem Eck versteckt sich irgendwas Schönes. Das macht es nicht leichter, alles zu filmen. Dahinten ist Mercedes noch versteckt. Es ist schön nach Marken sortiert. Dann hier ist der Jaguar Club. Hier kann ich aber vielleicht einfach rüber filmen. Die drüben sind eh sehr modern, dass ich da nicht auch noch lang laufen muss. Aber wir gucken mal, wie wir es machen. Das auffällige Gelbe da drüben ist ein F-Type. Allerdings nicht der V8 mit dem legendären Klang. Das sieht man an den zwei Ohren in der Mitte. Das ist ja nur der Vier- oder Sechszylinder. Es gab ja plötzlich auch leider einen Vierzylinder von dem neuen F-Type. Wir können ja noch mal kurz ranzoomen. Die Qualität lässt beim Zoom ein bisschen nach, aber man sieht es. Ferrari. Das Modell habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber genaue Name weiß ich gerade nicht. Da drüben geht es auch weiter. Alfa Romeo. Alfa Romeo, der außergewöhnlich aussieht. Dieser Teil sieht groß aus. Sehr schön. Im Hintergrund sieht man auch die modernen Rolls-Royce drüben. Die Jaguar, da müssen wir glaube ich doch auch noch mal hin. Vielleicht ist es gar nicht so viel am Ende. Ich glaube, hier will jemand was. Ja, hier stoppe ich kurz mal nicht. Meine Prinzessin wollte ein Lillet haben. Ich sehe jetzt die Daten nicht, aber ich hoffe, das wäre toll, wenn die Autos aufgelistet werden. Und das ist natürlich der modernste. Das ist ein Phantom Series 5, 6, 6, 6, glaube ich. Nach ihm kamen auf jeden Fall noch Facelifts. Er hat noch die runden Lichter. Das ist schon eine alte Kiste. Den gab es so ab 2006 oder 2007 oder so. Gab es den so bis 2010, 11 oder so. Da gab es dann das Facelift schon von ihm. Wir gehen einfach mal hin. Weil die sind sehr breit aufgefächert. Ich glaube, das dauert gar nicht so lange, bis ich hier alle abgefilmt habe. Ganz normaler Fenden. Die sind sehr, sehr günstig. Mittlerweile. Das Auto wurde bei Rolls-Royce in Köln gekauft. Steht im Kennzeichenhalter. Ich glaube, der billigste Immobile, 60.000 Euro. Natürlich ist dann der Zustand nicht super. Genau, 2007 steht drauf, habe ich gut geschätzt. 240 kmh, 460 PS, Heckantrieb, schon immer. 6,75 Kubik. Und es ist ein, das ist schon ein Siebener. Okay, dann ist das der Siebener. Die anderen waren dann nur Facelifts. Die heißen dann Series 2, die Facelifts. Und nach ihm kam dann der 8er. Und der 8er ist der aktuellste. Hier, das ist interessant. Das Auto heißt nämlich Flying Spur. Dabei gibt es einen Flying Spur. Aktuell bei Rolls-Royce überhaupt nicht mehr. Sondern nur bei Bentley gibt es den Flying Spur. Aktuell noch im Programm. Und der Flying Spur ist quasi auch dieselbe Form. Es ist ein großer Sedan mit vier Türen. Silver Spirit 3. Wenn man hier so ein bisschen guckt, das ist zwar eckiger, dann könnte das auch so ein W111 von Mercedes sein. Nur diese eckige Haube ist dazu dran. So, Rolls-Royce Silver Spirit 2. Silver Seraph Last Offline Edition. Ich denke dann auch, dass das Original ist. Diese Radzehrkappen hier mit der Emily. Habe ich so irgendwie vorher noch nie wahrgenommen. Silver Shadow 2. Dann hier Corniche. Rechts davon auch ein Corniche in Beige. Guck mal, was steht drauf. Corniche 2. Und das ist ein Corniche 1. und Silver Shadow 2. Im Vergleich Silver Shadow 1. Corniche 1. Und dann haben wir ihn hier noch. HP 2025. Und jetzt lau ich es einfach direkt wieder zurück. So, jetzt bin ich wieder hier hintergelaufen. Jetzt sind wir in der Mitte. Um doch die Jaguar Reihe abzulaufen. Wunderschöne Schlossgarten. Echt sehr, sehr groß. Hier eine coole Kiste. Steht Bugatti drauf. The last French. Hier ein Maserati zur linken. Rechts W111 Cabriolet. von Mercedes-Benz. Von Mercedes-Benz. Ich habe auch die Heidelberg Historic gefilmt. Große, sehr große. Größte von Deutschland. Oldtimer Rallye. Die hier in Schwätzchen ganz in der Nähe ist. Leute, die hier Schwätzchen kennen. Kennen sicherlich auch die Heidelberg Historic. Einfach mal mein Name. U-T-I-X-O. U-T-H-I-X-O. Steht ja unten unter dem Video. Oben eingeben im Suchfeld. Und dann Heidelberg Historic dahinter schreiben. Dann findet ihr die Videos. Auch spannend ist der Belmott Oldtimer Cabri Nürburgring. Den habe ich auch komplett gefilmt in dieser Art. Alle Rennserien. Alle Fahrzeuge. Das komplette Fahrerlager. Das ist zwar nur der Kleine. Aber er hat wirklich coole Felgen. Da ist ein kleiner Jaguar hier im Felgenrand. Sieht am Anfang aus wie komische Farbklecks. Aber sehr schick. Ist cool aus. XJ350. XJ350 Super 8. So viele schöne Autos. Einfach mal auf meinen Kanal am besten klicken. Dann auf Videos. Ein bisschen runter scrollen. Da sind zig Videos für Oldtimer-Liebhaber, für Hypercar-Liebhaber. Hypercar sind quasi die neuesten Autos, die über 1000 PS haben und mehrere Millionen Euro kosten. Die betitelt man als Hypercars. Abonnieren. Ein Gefällt mir. Daumen hoch. Kommentieren. Nicht vergessen. Da vorne gibt es Lloyd. 70 Jahre glaube ich. Aufblasballons. Gehen wir natürlich auch noch hin. Ponton hat auch einen 70 auf dem Auto. Ich bin jetzt extra hochgelaufen, um jetzt wieder zurückzulaufen, um dann quasi dann ums Eck zu laufen und diese Reihe abzulaufen. Das ist die Mercedes-Benz Interessengemeinschaft. 40 Jahre auf dem Dach. 40 Jahre Baureihe 124. Der Rennwagen-Transporter. Wäre es jetzt nicht so heiß, würde ich sogar für euch dahinter laufen. Oder wird das Video auch so ewig lange. Schöner alter Mercedes-Truck. Den habe ich auch schon irgendwo gesehen. Sind ja eigentlich immer dieselben Leute. Auf solchen Events und dieselben Fahrzeuge. Wenn man nichts anderes macht, wie ich, als Renn-Events auf der ganzen Welt besuchen, kennt man schon die ganzen Pappenheimer, die ganzen Fahrzeuge. Das hier ist die Henry Ford Allee. Da steht es am Schild. So einen hatte mein Vater damals mal. Mit dem Luftfahrwerk kann man hochfahren. Ford Cabri. Das hier sind Zagatos. Komischerweise ganz viele. Hätte gedacht, dass der seltener ist. Zagatos ist ein Designer, der Ferrari zum Beispiel und auch Alfa Romeos modifiziert. Quasi ein getuneter Alfa. Aber so viele von denen auf einem Haufen habe ich auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Schon oft gesehen das Auto, aber so viele gab es wohl häufiger als ich dachte. Sehr cool. Porsche habe ich gerade gestern erst auf dem Porsche-Treffen am Hockenheimring ganz viele gefilmt. Viele Unternehmen, die sich hier ausstellen. Hier, das sieht cool aus, so eine Scheibe und dahinter ist alles, aber hier ist eine riesen Öffnung und da sind Öffnungen. Die Reihe film ich jetzt ein bisschen nur mit einem Zoom, weil es ist wirklich heiß. Und das Video soll ja jetzt nicht 100 Jahre werden. Ich laufe einfach mal hier weiter. In der Mitte stehen auch noch überall Fahrzeuge. Ich bin mal gespannt, ob ich hier alles abgefilmt bekomme. Ich hoffe es. Das ist ein Seat. Hö? Das ist aus dem Fiat. In Monaco gibt es das oft, Fiat 500 umgebaut, genau zu so einem Fahrzeug, so offen mit auch diesen Sitzstühlen, Stühlchen und so drin. Zastava. Oder heißt das Modell einfach nur Seat? Ah, ich glaube das Modell, nee, hier auch Seat 600D. Hier mit Hänger. Fiat 600D. Da sind das doch alles Fiat. Fiat Seat, da steht es. Er hat beides auf dem Emblem. Stehen Fiat. Man kann es wahrscheinlich nicht lesen, aber da steht auch mit dem Emblem. Fiat Seat. Abarth. Und genau so ist es ein Abarth TC. Dann hier ein 600D Ocker. Ocker ist die Farbe dann, oder was? Stehen so stirbt es da. 750 S. Zastava. So, da drüben sind wir gelaufen, Mercedes. Dann hier war ich quasi noch nicht. Das sind diese Leute. Jetzt muss man nach meiner Bekleidung schauen. Ah, da hinten versteckt sie sich im Schatten. Und ich muss hier durch die Sonne laufen, weil ich so lieb bin und euch das hier wieder filme. Ich bin mal gespannt, ob denn jemand in diesem Video landet. Wenn ich so auf YouTube schaue, das ist irgendwie sehr unbekannt. Jedenfalls, ja klar, ältere Herrschaften, die sind nicht auf YouTube groß unterwegs. Da sind irgendwie nicht sonderlich viele Klicks. So ein Bericht von der ARD war, glaube ich, da. Auch nicht sonderlich viele. Hier, Borgwart. Mein Vater hatte Bock auf einen Borgwart, weil es einfach ein sehr seltenes Fahrzeug ist. Da hat er sich mal überlegt, einen Borgwart zuzulegen, so als Oldtimer. Dann wird es aber doch ein Auto, was alltagstauglicher und noch geiler ist. C 140 CL 500. Das ist ein bisschen schwierig. Auf dem Fahrzeug steht Reichspost. Borgwart-Club. Und hier sind die Lloyds. Borgwart, Isabella, Isabella Kombi. Coole Kisten. Jetzt laufe ich wieder zurück. Noch einmal hier kurz ranzoomen. Wobei steht jetzt direkt einer davor, Ponta Met. Anhänger. So ist man damals verreist. Wobei steht. So ist es. 醫 Wie steht. Wie steht. Untertitelung des ZDF, 2020